In zwei Tagen ist es soweit, dann beginnt die Fußball-EM mit der Partie Deutschland gegen Schottland. Schon heute können sich die Fans auf das Großereignis einstimmen. Auf der Münchner Theresienwiese läuft seit dem Nachmittag ein Konzert. Musiker wie Tim Bensko, Nelly Furtado und Ed Sheeran treten vor zehntausenden Besuchern auf. In Berlin wurde am Abend die Fanmeile eröffnet. Bevor am Brandenburger Tor wieder großes Public Viewing stattfindet, gibt es heute eine Show.